In vielen meiner Videos hörst du mich von qualitativ hochwertigen Trades sprechen. Aber was genau soll das überhaupt sein? Das zeige ich dir heute in diesem Video. Viel Spaß dabei! Ich denke am besten lernen wir was in der Praxis. Entsprechend gehen wir auch direkt in die Praxis rein. Wir haben hier TradingView offen und wir müssen uns den allerersten Schritt überlegen, wie wir hochqualitative Trades umsetzen. Und zwar brauchen wir TradingRegeln. Wofür sind die überhaupt da? TradingRegeln sollen uns einfach bloß in den tausenden Möglichkeiten, die wir haben, die wir am Markt machen können, einschränken. Das heißt, ich darf nicht einfach bloß random Augen zu und irgendwo auf Long und Short klicken, sondern ich muss verschiedene Phasen erstmal, also wie eine Checkliste machen und erst wenn ich überall einen Haken herangesetzt habe, dann darf ich die Position wirklich eröffnen. Was müssen wir bei so TradingRegeln beachten? Zunächst einmal natürlich Asset, Finanzinstrument, Broker. Was heißt das? Ich habe hier gerade eben den S&P 500 offen, lässt sich super auch kurzfristig traden zum Beispiel, das nennen wir ja Scalping. Und da könnte ich euch sagen, okay, TradingRegel 1, ich tue nur den S&P Handeln. Meinetwegen heißt es schon mal, ich tue keine Forex mehr handeln, ich tue keine kleinen kanadischen Aktien handeln oder irgendeinen anderen Kram. Nö, ich tue TradingRegel Nummer 1, erster Check, okay, S&P Chart, fertig. Finanzinstrument, könnte ich mir überlegen, tue ich das per ETF handeln oder per Hebelzertifikate oder sonstiges. Man muss natürlich immer beachten, mit Hebelgrad haben wir auch noch höheres, auch teilweise Verlustrisiko. Können aber natürlich auch mehr gewinnen. Okay, das muss man selber abwägen, aber darüber kann man auch eine TradingRegel machen. Dann würde ich sagen, okay, gut, ich möchte jetzt hier ganz gern das per CFD zum Beispiel umsetzen. Dann sage ich, na gut, bei welchem Broker mache ich das? Auch da können wir eine Regel setzen, einfach bloß, weil wir merken, bei einigen Brokern habe ich sehr geringe Spreads oder bei anderen Brokern habe ich sehr hohe Ordergebühren oder je nachdem. Und da kann ich natürlich sagen, hey, es macht doch Sinn, wenn ich dieses Asset, diese Strategie wirklich bloß dort handel, wo ich am kostengünstigsten auch bin. Gut, haben wir soweit also alles abgehakt. Als nächstes könnte ich mir Gedanken machen, wann darf ich denn bloß handeln? Natürlich könnte ich um 1.30 Uhr nachts oder um 5 Uhr morgens oder sowas den S&P handeln. Macht aber keinen Sinn. Nach der deutschen Zeit hat der S&P von 15.30 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Entsprechend werde ich auch bloß in diesem Zeitraum handeln, wobei ich persönlich für mich zum Beispiel bemerkt habe, dass ich am besten den handel, wenn ich zwischen 15.30 Uhr bis 17 Uhr den trade. Und aber halt auch von 20 bis 22 Uhr, so diese Bereiche, sprich so ein bisschen die Eröffnungs- und Schlusskursphasen. Zwischendrin gefällt er mir auch nicht ganz so gut. Also habe ich direkt die nächste Trading-Regel für mich definiert, wie ich das mache. Als nächstes überlege ich mir, wie ganz genau könnte so ein Einstieg aussehen. Beispielsweise, ich tue ja viel technische Analyse machen. Und dann sage ich, okay, bevor ich einen Einstieg mache, muss ich erstmal einen Tagesschart-Trend irgendwie sehen. Gut, würde ich jetzt merken, schöner Aufwärtstrend, passt soweit. Dann würde ich sagen, Mensch, ich gehe jetzt vielleicht in den 5-Minuten-Chart rein und gucke, ob dort der Trend genauso ist wie der große Trend. Sprich, wenn ich merke, okay, Tagesschart ist aufwärts, wäre es auch ganz cool, wenn wir Intraday, also auf Kleinsteinheiten, auch einen Aufwärtstrend hätten. Weil dann würde alles für erstmal long sprechen, kann ich quasi in die Richtung handeln zum Beispiel. Dann könnte ich sagen, okay, ich will allerdings nur dann long reingehen, wenn wir vielleicht zum Beispiel halt jetzt hier so einen Trend mal haben, Intraday. Das will ich halt nicht hier oben gerade hinterher springen. Das ist immer ein bisschen doof, sondern ich will natürlich erstmal den Rücksetzer erwarten. Und dann sage ich, nur dann gehe ich long rein. Aber auch nicht dann blind, sondern nur dann, wenn auch wir hier eine schöne Hammerkerze haben. Das ist ja so eines der typischen Setups, die ich ja persönlich handele. Was jetzt alles bloß auf Stück für Stück Trading regeln, wonach ich quasi filtre, wann gehe ich genau rein. Und dann, bevor ich wirklich reingehe, brauche ich natürlich auch noch eine Regel, die festlegt, wie soll ich meinen Stop-Loss setzen. Sprich zum Beispiel vielleicht immer unter das letzte Verlaufstief wäre eine Möglichkeit. Oder immer exakt 0,3% Bewegung im S&P entfernt oder irgendwas in die Richtung. Da sind wir ja wirklich frei. Und wie gesagt, wir können uns das wirklich wie so eine Checkliste vorstellen. Wir ersetzen uns einige Trading Regeln und dann tun wir die Stück für Stück abarbeiten. Und wirklich, wenn alles zutrifft, dann können wir schon mal sagen, okay, der Trade, ich habe den bestenfalls auch schon mal gebacktestet, diese Strategie, die scheint unterm Strich wirklich Rendite zu bringen. Wenn ich die immer und immer wieder konstant umsetze, habe ich hochwertige qualitative Trades, die mich auch zum Erfolg bringen sollten. Jetzt weißt du vielleicht allerdings auch, dass ja kein System existiert, was 100% Trefferquote hat. Das heißt, man hat immer irgendwann auch mal Verlusttrades dabei. Und deswegen müssen wir jetzt, um unsere Qualität wirklich auch hoch zu halten oder sogar noch mehr zu erhöhen, auch noch über Risikomanagement sprechen. Weil was bringt es mir, wenn ich irgendwie immer sehr gute Trades, Einstiege zum Beispiel finde, aber halt, na gut, wenn es Gewinn macht, schön und gut, aber sobald ich Verlust mache, tue ich mein Depot auf Null runtersetzen. Bringt mir nicht so viel. Deswegen müssen wir Risikomanagement nutzen. Das heißt, falls wir doch mal verlieren sollten, dass wir die Verluste sinnvoll auch klein halten. Und wenn wir halt logischerweise gewinnen, dann die schön laufen lassen. Klingt leichter, als es in der Praxis wirklich ist, aber dazu vielleicht in einem anderen Video gerne auch mehr. Ja, was sind so easy Sachen, die wir im Risikomanagement beachten können? Ja, zum Beispiel die 1%-Regel. Das heißt, ich sage, ich tue ja hier schon bei meinem Einstieg unbedingt auch einen Stop-Loss planen und ich tue den Stop-Loss, beziehungsweise dann die Positionsgröße halt so groß bloß auswählen, dass falls mein Trades in den Stop-Loss läuft, verliere ich bloß insgesamt 1% mein Depot wert. Habe ich beispielsweise ein 10.000 Euro Konto, wähle ich die Positionsgröße und den Stop-Loss in Kombination halt. Das geht wirklich Hand in Hand einher, so dass ich maximal 100 Euro verlieren kann. Was falsch wäre, ist zu sagen, okay gut, ich habe zwar einen Stop-Loss, den würde ich ganz gern vielleicht jetzt hier bei einem Einstieg auf diesem Level, den Stop-Loss vielleicht unten drunter setzen. Sieht schon mal technisch sehr gut aus, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Aber jetzt sage ich trotzdem, ja gut, ich gehe trotzdem All-In mit einem Hebel von 100. Das ist viel zu viel großes Risiko. Wenn ich da jetzt hier ausgestoppt werde, mache ich vielleicht trotzdem 2.000 Euro Verlust oder sowas. Das ist kein gutes Risikomanagement. Da würde ich sagen, okay, schön, dass du Trading-Regeln hast, die zwar von Qualität sind, aber dadurch, dass du kein Risikomanagement hast, ist das trotzdem ein absoluter Müll-Trade. Aber indem wir gutes Risikomanagement umsetzen, können wir zu den qualitativen Trade-Setups, die wir haben, sogar noch mehr Qualität obendrauf setzen. Und deswegen ganz wichtig hierbei, so sind das Sachen, 1%-Regel. Ich tue es persönlich mit einer 0,5%-Regel eher sogar umsetzen, aber auch vor allem immer halt einen Stop-Loss setzen und nicht einfach sagen, okay, ja, na gut, kann auch bisher ganz runter gegen mich laufen. Hauptsache, das Depot ist fast bei 0 dann. Na, nee, das wäre Mist. Wenn dir übrigens noch ein paar Basics fehlen zu paar Begriffen und sowas, dann guck gerne mal auf meinem Zweitkanal vorbei. Habe ich dir am ersten Link in der Videobeschreibung reingesetzt. Der heißt Finanzrat der Lernvideos. Da kläre ich alle Trading-Begriffe, alle Trading-Vorgehensweisen, einfach alles, was du wissen musst. Und immer so 5-6 Minuten-Videos, die ich jeden Tag dort hochlade. Gerne mal reingucken und auch hier und dort abonnieren. Was gibt es jetzt für dich zu tun, dass du selber qualitativ hochwertige Trades umsetzt? Naja, wir haben jetzt ja gerade eben ein Beispiel durchgesprochen, wie man so vorangeht. Ich möchte dich jetzt ganz gerne herausfordern, dass du nach dem Video dir ein Blatt Papier nimmst und genau mal deine Strategie, dein Vorgehen bisher aufschreibst. Natürlich, das kenne ich ja auch von mir, natürlich hast du dir vielleicht über genau die Sachen schon alles Gedanken gemacht, aber hast du auch wirklich schon alles dabei beachtet? Schreib es mal bitte auf und durchdenk das selber einmal, ob du wirklich schon alles dabei hast. Und übrigens, hier hört es ja nicht gerade eben auf, sondern wir müssen, ich habe es jetzt hier auch auf der Webseite, bei uns haben wir auch auf Finanzradar so eine Checkliste gemacht für euch. Da gibt es zum Beispiel auch so Faktoren wie, was soll ich mir sogar noch nach einem Trading machen? Weil es ist natürlich nicht bloß Trading, 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 sondern aber auch die noch Nachbereitung, man Trading schon nahezuführen. Schreite bitte auch genau sowas auf. Ich denke mal, hier kannst du auch noch einiges an weiteren, sag ich mal, Inspirationen einfach bloß sammeln, die du von mir abgucken kannst. Warum eigentlich nicht? Mach das bitte ganz, ganz wichtig. Und dann vor allem, bevor du das nächste Mal in den Trade eingehst, gehst du bitte erst ganz kurz deine Checkliste durch. Kannst du überall einen Haken ranmachen, wenn du merkst, okay, warte mal, das hier passt gerade eben nicht. Mist, wir haben es gerade eben 7.30 Uhr, ich will aber die Nasek handeln. Okay, dann lässt es vielleicht mal lieber ganz kurz weg. Es ist natürlich eine Geduldssache, aber wir wollen halt wirklich nur die besten der besten Trades umsetzen und nicht zwar 50 Trades am Tag umsetzen, aber davon sind auch 49 Trades Mist. Nee, wir wollen dann bloß in einem einzigen richtig geilen Trade haben und das wird uns langfristig zum Erfolg führen.